Wer ist wer? B. und Tom Kaulitz sahen sich nie ähnlicher Vor rund zwölf Jahren hätte man wirklich nicht gedacht, dass B. und Tom Kaulitz von Tokio Hotel Zwillinge sind. Besorgte mit Mangemofrisur und geschminkten Augen für Aufsehen und blieb mit Karp, Rastalok und Hose in den Kniekeln immer ganz cool. Heute haben beide einen anderen Stüll und sahen sich wirklich noch nie ähnlicher. Die Twins waren vor kurzem in der ZDF-Show von Markus Lanz, 48, zu Gast und man musste wirklich zweimal hinschauen, um zu erkennen, wer eigentlich wer ist. Von B. sind die Fans es ja gewöhnt, dass er regelmäßig seinen Stille ändert. Vor kurzem war er noch blond – heute trägt er seine Haare dunkler. Näherte sich in den letzten Jahren immer mehr seinem Bruder an. Und auch die Klamotten teilen sich die beiden Brüder mittlerweile, Tom geht er zu mir an den Kleiderschrank, verriet er in der ARD-Sendung Inners Nacht. Der Gitarrist wollte das aber nicht so wirklich zugeben, wann hat er sich das denn ausgedacht? Ist ja schrecklich, witzelte er. Aber wer weiß, wie lange der gleiche Zwillingslog noch anhält. Glaubt ihr, bewagt bald wieder eine extreme Log-Transformation? Oder findet ihr es cool, wenn die beiden fast gleich aussehen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.